Hallo und willkommen bei einem neuen Video. Mit mir Ru, Trio5 und Xtintv One. Also heute machen wir eine Challenge. Die Zitronen Challenge. Ja, also das wird nicht süß, sondern sauer. Und ja, das ist sie. Wir haben hier jeweils so ein Fläschchen Zitrone. Und das müssen wir austrinken. Und wenn wir... Der, der nicht austrinkt, der hat verloren. Und der, der es macht, hat gewonnen. Ja, also wer als erstes fertig ist, eigentlich hat er gewonnen. Und der, der verloren hat, der kriegt eine Strafe. Der muss seinen Kopf 10 Sekunden lang im Brunnen unter das Wasser halten. Ja, genau. Also fangen wir mal an. Nein, warte. Zuerst Deckel aufmachen. Ich habe schon keine Ahnung, das geht. Ja, schau. Ich esse den. Ich mach Mist. Ich mach's mit dem Sinn. Mach mit dem Sinn. Gut, und jetzt. Hey, Warte, kann man das aufschrauben? Aufschrauben, aufschrauben. Ne, ne, lass mal. Okay, okay, okay. Wer ist bereit? Ist noch mal fertig? Okay. Drei, zwei, eins. Oh, mein Gott. Oh, wer? Guck mal, Ruhe. Oh, fuck. Was ist das für eine Challenge? Ich kann nicht. Ich hab dir gesagt, es ist sauer. Glaubst du mir jetzt? Okay, bin mir jetzt fett. Ich schick dir dann. Ich geh kurz rum. Ich schick dir dann. Willst du mir klauen? Guten Appetit. Oh, guck mal, was Extin mir gemacht hat. Das schmeckt so richtig scheiße. Richtig scheiße. Probiert es nie. Warnung, das folgende Video ist nur zu Demonstrationszwecken. Mach das nicht nach. Und ich geb auf. Ist gut, wir machen das nicht. Ich glaub, jeder von uns muss das machen. Also, jeder kriegt die Strafe. Das ist scheiße. Ich glaube, ich bin ein Körbler. Ich glaube, ich bin ein Körbler. Ich bin ein Körbler. Also, machen wir mal das Video. Oh ja, komm. Ich hab's mal. Wart kurz, wart kurz. Also, ich sehe uns beim Brunnen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Komm, er ist dumm. Alter, bist du dumm. Alter, was ist der? Es hat euch hoffentlich gefallen mit den Zitronengetränken. Das mit den Brunnen haben wir leider nicht gemacht. Aber hoffentlich hat es euch gefallen. Please like and subscribe. Bye.